Ja, so ist schön. Nicht schlapp machen. Ist die letzte Runde. Ja, fein machst du das. Ein bisschen schlapp schon. Dann gib dir mal ein bisschen Mühe. Ja, zack, zack. Ist anstrengend, ne? Ja, erstes Set fertig. Wir können uns das merken. Und das nächste Set. Und hoch, 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 vier, fünf. Ja, gut machst du das. Das ist schon ein bisschen schwach. Sechste Runde. Ganz schön graue Haare oben. Mann, Mann, Mann. Jetzt noch ein bisschen flott. Ja, Flasche weg. Das Werk ist jetzt erledigt. Kann man auch durcheinander kommen. Hauptsache, die Nachbarn beschweren sich nicht. Ja. Jetzt fängst du an zu specheln, mein Lieber. Ja. Jetzt wird ja schon Schwung mit den Armen. Wie ein Verrückter. Das war in den ersten Sätzen nicht so, mein Freund. Ja, das ist jetzt erledigt. Weg mit dem Latschen. Schwupp. Schwupp. Und im ersten und zweiten Durchgang bist du der Hüter gesprungen. Schwupp. Schwupp. Hoch die Hände. Ja, hoch die Hände. Ja, das Ganze mit dem Hochdrücken. Und? Endspurt. Endspurt. Naja. Kann man sagen, drei bis vier, mein Freund. Drei bis vier. Jetzt sind wir auf zu stöhnen. Da fehlt doch noch was. Genau. Zettelchen schreiben. So ist recht. Was? Bin ich fertig.